So, ich möchte mit euch heute einfach mal über genau das Thema hier oben sprechen. Meine Home Assistant Datenbank ist kaputt. Kann ich hier noch irgendwas machen? Wie mache ich es vielleicht in der Zukunft? Das schauen wir uns jetzt gleich an. So, um nochmal hier die Fehlermeldung zu sehen. Wo findet man diese Fehlermeldung? Ihr geht einfach unten links auf Einstellungen, dann auf System und Logs. Jetzt sehen wir bei mir hier schon einiges an Fehlern. Der erste Fehler, Starterdisk ist Molform, das ist jetzt ein anderer Fehler wie jetzt in dem Screenshot. Recorder hat einen Fehler, also alles was Recorder ist und Setup ist schon immer ein bisschen mit Vorsicht zu betrachten. Deswegen bitte checkt mal eure Logs, ob da auch vielleicht schon irgendwas drin steht, wenn ihr noch nicht auf eine andere Datenbank ausgefichtet seid. Schlussendlich ist es so, wir haben es getestet zu reparieren. Wir haben da etliche Sachen im Home Assistant Forum schon gesucht und und und. Beim Bekannten von mir ist es nämlich genau dasselbe Fall. Der konnte zwar seine Daten noch anschauen, also wenn er hier drauf geklickt hat, bei ihm unten noch der Zustand, also der Verlauf im Endeffekt aufgeploppt, der kommt bei mir schon gar nicht mehr. Also bei mir ist es wirklich tot. Das Geilste ist natürlich, wenn man ein Backup hat, das wieder herstellen kann und alles wieder gut ist. Ich habe normalerweise für 30 Tage Backups. Jetzt ist es so, dass ich ja gerade mein Server hier zu Hause umbaue und die Festplatten vom NAS mussten formatiert werden. Aus dem Grund habe ich dann gesagt, gut, ich nehme jetzt einfach mal die letzten sieben Tage. Läuft ja alles, ist alles cool. Ich baue im Home Assistant jetzt momentan eh nichts, weil ich mich auf das Serverprojekt momentan ein bisschen konzentrieren muss. Gut, also sieben Backups gespeichert. Und wie es der Teufel so will, in diesen sieben Backups, die ich jetzt noch hatte, war natürlich keine Datenbank drin, die ganz war. Ist mir so nicht aufgefallen, wenn man nicht nachschaut. Ja, dann habe ich ein bisschen recherchiert und Home Assistant verwendet eine SQL-Lite-Datenbank. Das ist eine Datenbank, die in eine einzelne Datei geschrieben wird und auch, da wird auch daraus gelesen, als gut und schön. Diese Datenbank kann scheinbar recht viel, aber ist scheinbar auch ein bisschen fehleranfälliger wie eine normale SQL-Lite-Datenbank. Und auch schwerer, den Fehler zu finden, beziehungsweise den überhaupt zu reparieren. Es gibt Wege, wo man versuchen kann, das zu reparieren. Bei mir hat keiner funktioniert, den ich gefunden habe. Also eine Sau dem Apfel beißen, ein Jahr lang Energiedaten weg. Gut, ist jetzt so. Ich habe mich damit abgefunden. Ja, aber wie, ich möchte ja nicht, dass das wieder passiert. Jetzt hat, nach ein bisschen Recherche hin und her, wechseln viele auf andere Datenbanken. Da kam bei mir natürlich die Frage, warum verwendet Home Assistant eigentlich eine SQL-Lite-Datenbank. So eine hundertprozentig richtige Antwort habe ich dazu nicht gefunden. Meine Vermutung ist es aber, dass ja die verschiedensten Installationswege geht. Es gibt es über Docker, über Home Assistant OS und, und, und. Home Assistant einfach gesagt hat, sie brauchen eine Datenbank, die überall abgebildet werden kann. Ja, und da ist, glaube ich, die SQL-Lite-Datenbank dadurch, dass sie in einer Datei verwaltet wird, in einer sogenannten .db-Datei, scheinbar der einfachste Weg. Ja, man kann aber auch die Datenbank auslagern, weil wie, wie macht man das? Im Endeffekt geht ihr in die Add-ons, in den Add-on-Store und sucht euch die MariaDB, falls ihr die noch nicht habt. Die MariaDB installiert ihr dann und in der Dokumentation, wenn wir da jetzt reinschauen, sehen wir hier unten schon, Example Home Assistant Configuration. Das heißt, ihr könnt euren Recorder, also eure Daten, auch in diese Datenbank schreiben. Soll sicherer sein, soll besser laufen, also was heißt sicherer, also absturzsicherer, und soll besser laufen. Aber, oder ist das jetzt nicht installiert? Doch, ist installiert. Geht jetzt in dem Fall halt tatsächlich jetzt nur in der Home Assistant US-Version. Wenn ihr Docker habt, müsst ihr euch eine externe Datenbank anlegen. Auf das Thema gehe ich jetzt aber mal nicht ein, weil die meisten hier ja trotzdem Euro 2 eine Home Assistant US-Version nutzen auf dem Pi oder wie auch immer. Ich weiß nicht, ob der Pi performant genug ist, diesen MariaDB abzubilden. Ja, was wir jetzt noch machen müssen, müssen wir hier noch ein Passwort vergeben. So, drücken wir auf Speichern und sagen starten. Wenn die gestartet ist, dann müssen wir unsere Config noch anpassen. Dazu brauchen wir noch ein Add-on. Dann nehmen wir jetzt mal den wir nehmen jetzt in dem Fall mal den File Editor. Ich persönlich bin eher der Freund vom Visual Studio Code, aber wir brauchen den File Editor dann auch für was anderes. So, dann starten wir den mal. Braucht dann einen kleinen Moment, bis er da ist. Und ich bin der die MariaDB. Wo ist er? Hier ist er. Da gehen wir jetzt in die Dokumentation ganz nach unten und nehmen uns das hier mal mit. So, dann gehe ich meine File Editor und wählen hier oben beim Ordner die Configuration YAML aus und das dann mal ein. Jetzt müssen wir nur noch in diesen URL das gerade vergebene Passwort ändern. Fangen hier auf Speichern starten das Ding neu. Wenn ich jetzt mein System neu starte, versucht er trotzdem ne, versucht er nicht. So, neu starten und los geht's. Wichtig ist jetzt dabei, bei diesem Schritt verliert ihr auch alle eure Daten. Sie sind auch weg. Es gibt Möglichkeiten, das zu migrieren. Hat bei uns leider auch nicht geklappt. Deswegen wer es migrieren will, einfach mal googeln. Mir ist einfach wichtig, heute zu zeigen, wie kriege ich die MariaDB denn als funktionierende DB hin. So. Thomas ist jetzt fast fertig gestartet. Wenn ich jetzt hier wieder auf Verlauf, da sagt er jetzt unbekannt, ich A-Traum. Ah, jetzt haben wir hier und wir haben wieder einen Verlauf. Traum. Wir können auch mal im Logbuch schauen. Da war wieder alles da beziehungsweise im Verlauf. Jetzt hier eine Entität auswählen. Vielleicht auch eine, die jetzt gerade da ist. Wir nehmen jetzt einfach mal wenn es da, man sieht, die fangen jetzt erst ab hier an. Das heißt, alles was vorher war, ist weg. Ja, nee, hier hinten fängt es an. Entschuldigung. Vorher ist unbekannt. Ja, somit habt ihr umgestellt auf MariaDB und habt hoffentlich, also ich hoffe jetzt auch, dass bei mir kein Fehler mehr kommt. Was ihr noch machen solltet, deswegen den Pfeilet die da heute mal diese Home Assistant V2DB und da alles rauslöschen. Genau. Und dann läuft es sauber. Ich persönlich habe das in meinem großen System hier auch jetzt mittlerweile hinterlegt und gefühlt ist es ein bisschen schneller mit der MariaDB. Schaut sich das einfach nochmal an. Ich würde mich ja freuen, wenn vielleicht ein paar Spezialisten da sind, die sich mit Datenbanken gut auskennen. Schreibt es doch gern mal die Unterschiede zwischen SQLite und normaler SQL beziehungsweise MySQL rein, welche ihr für besser empfindet oder schreibt es mal eure Erfahrungen rein. Habt ihr auch schon eine kaputte Datenbank gehabt? Was habt ihr dann gemacht? Würde mich wirklich interessieren. Ansonsten würde ich mich tatsächlich darüber freuen, wenn bei euch dieser Fehler hier nicht auftaucht. Ist echt unschön. Bei mir sind es ein paar Ja, Energiedaten weg. Gut. Ist jetzt so. Ja, ansonsten lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, dass ihr auch keins der Videos verpasst und ich hoffe, bei euch ist es noch nicht so weit, dass ihr erst dann auf das Video gestoßen seid, sondern leicht seht ihr das Video gerade nach der frischen Installation, wo noch nicht so viele Daten verloren gehen. Ja, in diesem Sinne Glück, macht's gut, ciao, ciao. いる Probably she we we